Das war so eine Steuerungskette aus den Spinnen-Würgmaschinen, weil die anderen Bänder, die mussten wir alle erneuern, die dann noch erscheinen, die waren aus Rampf, eine Rampfgrunde, die hatten drei, die wir sie brauchten, ne? Wie gesagt, die drei Sekunden gleich wieder, die sind nämlich damit bereit, weil das selbe höchste, die höchste, die können wir nicht spielen, ne? Ja, es wird auch Spaß gemacht, das sagen wir mal zu können. So, jetzt kommen wir rein, jetzt gehen wir hier aus dem Haus geblendet gleich, ne? Der Engel ist zum Zinnigungsengel, der Engel gab es hier, ne? Fürchtet euch nicht, ihr habt eine frohe Botschaft, euch sei ein Heiland geboren, ne? Ja, und dieser Engel kommt jetzt gleich oben herabgeschnitten, jetzt kommt er rein. Hier ist dargestellt die Flucht nach Ägypten, das ist leider wahrscheinlich in 1964 nach diesem letzten Abbau, die Maria mit dem Jesusabbau angekommen, die sind ja zu drittes Exil, das wird doch, äh, Ja, und beim Aufbau nicht ein Hölzwand drin finden. Na gut, ich furcht, ich furcht immer, wenn die Fluchtleiter machen, ne? So, ich da, das dargestellt ist, die 1000 Soldaten, die der Herodin ausgeschickt hat, ja, mit dem Jesus zu fangen. Damit der Soldat jetzt den Weg nach Bethlehens und Jesus hier in der Krimine nicht findet, macht der Engel wieder hoch ins Himmelreich. Ja, und als Vorlage, als einzige Vorlage, bringt er euch die Fotografie von 1911, Das Felste, mein Seef hier links ist das der Original-Binenne, das ist der 11, das haben wir in der Vorlage. Vielen Dank. Wir nehmen jetzt jetzt wieder Dreh aus, kommt drauf an, wenn man drinnen bleibt. Wie gesagt, kommt drauf an, wenn man drinnen bleibt und über die Seite. Wie gesagt, kommt drauf an, wenn man drinnen bleibt und über die Seite. Wie gesagt, kommt drauf an, wenn man drinnen bleibt und über die Seite. Wie gesagt, kommt drauf an, wenn man drinnen bleibt und über die Seite.